Ich begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Programmpunkt, nämlich der moderierten Buchvorstellung von Michael Schmid-Salomons neuem Buch »Ingrenzender Toleranz«, der Autor ist anwesend, was bei einer moderierten Buchvorstellung auch Sinn macht. Moderierte Buchvorstellung heißt, ich werde versuchen, möglichst schlaue Fragen zu stellen, Michael wird versuchen, möglichst schlaue Antworten zu geben, und hoffentlich sind alle hinterher ein bisschen schlauer, was in dem Buch drin steht. Dann fange ich mal an mit meinen schlauen Fragen, die ich mir auf ein paar Zettel notiert habe. Ja, dein Buch jetzt »Die Grenzen der Toleranz«, Michael, das ist im Prinzip deine Antwort auf die aktuelle Islamdebatte, die sich ja grob gesagt so in zwei Pole spaltet. Man hat einerseits die extremen Islamkritiker, beziehungsweise sogar Islamfeinde, à la Pegida und Co., und andererseits hat man die, du nennst sie »Islamkritikkritiker«, wenn ich mich recht erinnere. Bevor wir jetzt zu deiner Position kommen, lass uns diese beiden Pole mal genauer betrachten. Was zeichnet diese extremen Islamkritiker aus, und warum denken sie so? Und was zeichnet die Islamkritik Kritiker aus, und warum denken sie so? Ja, also, womit soll ich anfangen? Ich kann anfangen mit den ersten, also die sogenannten Islamkritiker. Islamkritik ist ja kein Problem, sondern es ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass eine offene Gesellschaft funktioniert, dass man auch die Religion des Islam kritisieren kann. Also insofern ist der Begriff des Islamkritikers schon ein großes Problem. Viele verwechseln eben Islamkritik mit Antimuslimismus. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also Menschen, die prinzipiell alles ablehnen, was Muslime tun, was sie denken, und so weiter. Diese Position ist aber natürlich gewachsen, ist gestärkt worden dadurch, dass es die Gegenfraktionen gibt, die einige auch als regressive Linke zum Beispiel bezeichnen, ist eine Position, die man verstehen kann aus der deutschen Geschichte heraus, natürlich war und ist das eine progressive Haltung, die Rechte von Minderheiten zu schützen. Und besonders in Deutschland sollte dies nach unseren geschicklichen Erfahrungen auch eine Position sein, die viele vertreten. Das Problem ist aber, dass dann einige daraus abgeleitet haben, dass es politisch progressiv ist, reaktionäre Normen zu verteidigen, wenn sie denn von Minderheiten vertreten wurden. Und das ist eben nicht progressiv, sondern es ist reaktionär. Denn es, ob jetzt katholische Christen in Thulen schwulenfeindlich sind oder auch eben hier in Deutschland evangelikale Christen oder ob es Muslime sind, ändert nichts daran, dass es reaktionäre Vorstellungen sind, die wir scharf verteidigen müssen. Und das Problem war, dass diese Debatte eben nicht geführt worden ist. Und das ist das, was ich in meinem Buch auch, glaube ich, rechtsprägnant darstelle, dass eben gerade durch die Vermeidung einer Auseinandersetzung, einer rationalen Auseinandersetzung über den Islam dazu beigetragen hat, dass die Rechtspopulisten gestärkt worden sind. Und das ist ja die Figur, die wir ganz häufig erleben, die wir auch als Stiftung, die wir als humanistischen Pressedienst auch erlebt haben. Also wenn jemand wie Hamad Abdel Samad beispielsweise bei der AfD spricht, wird oder überhaupt etwas sagt, was positiv aufgenommen werden könnte von Leuten aus der AfD, wird das zutiefst kritisiert, weil man sagt, man darf niemals, aber wirklich niemals Beifall von der falschen Seite bekommen. Und das ist eine Haltung, die die Grundlagen der Streitkultur fundamental zerstört. Denn in einer Streitkultur, die lebt davon, dass die eigenen Argumente nicht nur von der eigenen Peergroup akzeptiert werden, sondern auch von Menschen, die ansonsten nicht meiner Meinung sind. Das ist die Idee von Streitkultur. Genauso muss ich in einer Streitkultur in der Lage sein, Argumente zu akzeptieren von Leuten, denen ich ansonsten in fast keinem Punkt zustimmen kann. Der entscheidende Punkt ist eben, ich muss verstehen, die Qualität des Arguments ist entscheidend und nicht derjenige, der das Argument geäußert hat. Also eine Wahrheit wird ja nicht zur Lüge, nur weil Lügner sie gebrauchen. Und da hat man eine fundamentale Störung in dem Diskurs in unserer Gesellschaft. Und das hat, man hat das oft so gesagt, man darf das nicht sagen, man darf nicht sagen, dass der politische Islam mit der Verfassung nicht vereinbar sei. Und meinte damit, diese Kräfte wie Pegida und AfD zu schwächen, tatsächlich hat man sie dadurch fundamental gestärkt. Denn es ist, es gibt das Phänomen des politischen Islam und der ist eine Bedrohung. Und auch in diesem Fall kann man tatsächlich mit guten Gründen von Faschismus sprechen, nicht bezogen auf jede Form des politischen Islam, aber doch bei recht vielen Formen des politischen Islam. Und wenn man etwas so Offensichtliches verdrängt, wenn es nicht artikuliert werden darf in der Gesellschaft, wie der Zusammenhang von Islam und Islamismus, dann treibt man die Wählerinnen und Wähler in die Armen von Politikern, die unter dem Deckmantel einer aufgeklärten Islamkritik ihre anti-aufklärischen Ziele verbreiten können. Und da müssen wir ganz entschieden uns gegenwärmen. Ich würde trotzdem gerne nochmal eben kurz bei diesen Islamfeinden, die sich selbst als Islamkritiker begreifen, bleiben, die Motivation von denen. Da würde ich gerne nochmal ein paar Worte von dir hören wollen. Es ist ja auch hier gerade angesprochen worden, in Polen haben wir eine ähnliche Lage, in Ungarn haben wir eine ähnliche Lage. Es ist ja nicht so, dass es ein deutsches Phänomen ist, es ist in Frankreich, wir sehen es in den USA. Es gibt ein Rollback von politisch-reaktionären Bewegungen, die auch zusammenarbeiten, international. Es gibt eine internationale der Nationalisten. Die ist in den letzten 20 Jahren geschaffen worden, stabilisiert worden. Die arbeiten auch in der EU zusammen, in verschiedenen Fraktionen. Und die haben ein zentrales Merkmal. Nämlich sie vertreten alle eine kollektivistische Ideologie. Das heißt, Menschen werden nicht als Individuen gesehen, sondern als Träger von Gruppenidentitätsmerkmalen. Und damit versucht man, gewissermaßen diesen Prozess der Pluralisierung, der Individualisierung von modernen Gesellschaften entgegenzuwirken und den Menschen eine Identität zu geben. Und dafür braucht man notwendigerweise das Feindbild des Anderen. Und das ist das Interessante. Die Feinde der offenen Gesellschaft, darum geht es in meinem Buch, die haben bei allen Unterschieden zwischen christlichen Armen und Rettern, zwischen Nationalisten und Salfisten, die haben eine große Gemeinsamkeit. Nämlich, dass sie ihr angestammtes Kulter ins Ghetto gegen das vermeintlich Feindliche des Fremden verteidigen müssen. Und dabei ist es letztlich fast egal, ob es nun die Ausländer, die Muslime, die Christen oder die Gottlosen sind. Es gibt eben eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in diesen politisch-reaktionären Bewegungen. Und die entsprechen sich witzigerweise. Also wenn man sich das mal anschaut, was Herr Erdogan vertritt und was Frau Beatrix von Storch vertritt, die treten erst mal als gesellschaftliche und politische Antipoden auf. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, was die tatsächlich politisch vertreten, welche Konzepte die vorschlagen für die Zukunft ihrer Gesellschaft, findet man ganz große Gemeinsamkeiten. Die wollen nämlich alle das Rad der Geschichte zurückdrehen, wobei man der AfD vielleicht sagen kann, die wollen es nur in die 1950er Jahre zurückdrehen. Und Herr Erdogan nach 1924, also das Osmanische Reich. Aber letztlich ist dahinter die gleiche Dinkfigur. Ja, und jetzt kommst du dann in diese Debatte hinein mit deinem Buch, was den schönen Titel trägt, Die Grenzen der Toleranz, unter Titel, warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen. Auf den ersten Blick, muss ich sagen, sieht das eher so aus, als wäre Michael Schmidt-Salomon jetzt ins Lager der AfD-La Pegida-Menschen gewechselt, würde auf den Tisch schauen und sagen, jetzt ist aber mal gut hier, Schluss mit der Toleranz und wir müssen unsere Gesellschaft verteidigen. Handi, ist das, was passiert, was christliche Feuertonisten schon immer geahnt haben? Also, wechseln die Atheisten jetzt ans rechte Lager, inklusive ihres Chef-Atheisten? Ja, das ist ein Chef-Atheisten-Lassen-Länder weg. Aber natürlich spiele ich mit Assoziationen, habe ich übrigens auch in dem Big-Family-Buch gemacht, der Titel sieht aus wie ein Zeugen-Mirower-Buch fast. Man muss ja die Leute da abholen, wo sie stehen, zumindest einige. Und Interesse wecken. Ich meine, in dem Buch geht es natürlich um etwas ganz anderes. Ich stelle da, dass es nicht nur eine Grenze der Toleranz gibt, die viele im Kopf haben. Nämlich die Grenze zwischen dem, was man tolerieren muss und dem, was man nicht mehr tolerieren darf. Das haben alle im Kopf. Es gibt eine zweite Grenze, die viel, viel spannender ist mit einer modernen, offenen Gesellschaft. Das ist die Grenze zwischen dem, was man nur tolerieren kann und dem, was man akzeptieren kann. Das ist eine ganz andere Grenze und die ist sehr, sehr spannend. Weil man nämlich dann sieht, es gibt eben drei unterschiedliche Bereiche, die man unterschiedlich behandeln muss. Es gibt Dinge, die man nicht tolerieren darf. Also das Nicht-Tolerable. Es gibt Dinge, die man nur tolerieren kann. Das heißt, man erträgt sie. Das heißt nicht, dass man denen zustimmt. Es bedeutet auch nicht, dass man ihnen Respekt erweisen muss. Was man toleriert, dem erweist man eigentlich keinen Respekt, sondern man erträgt es. Das ist also innerhalb der offenen Gesellschaft erträglich. Und davon unterscheiden muss ich das, was in einer offenen Gesellschaft wirklich zu akzeptieren, also zu gut, gut zu heißen ist. Das heißt, ich habe also drei verschiedene Bereiche. Was ich nicht tolerieren darf, muss ich verhindern. Was ich nur tolerieren kann, das kann ich in einer Zivilgesellschaft schwächen, indem ich es kritisiere. Auch übrigens mit Satire, mit unfeilen Mitteln des Humors. Und es gibt das, was ich akzeptieren kann, das muss ich versuchen zu stärken. Das ist die positive Botschaft. Und diese Dinge muss man auseinanderhalten. Und ich glaube, das habe ich in dem Buch recht gut gemacht. Vor allen Dingen habe ich aufgezeigt, dass viele Vorstellungen, die bezogen sind auf dieses Motto, keine Toleranz der Intoleranz, dass solche Versuche, die Freiheit zu retten, indem man die Freiheit letztendlich einschränkt und die Freiheitsspielräume in einer Gesellschaft schließt, dass die eben kontraproduktiv sind und dass man den Fundamentalisten und auch den Nationalisten keinen größeren Gefallen tun kann, als wenn man sich auf ihr Spiel einlässt. Ja, jetzt hast du sehr viel schon zum Toleranzbegriff gesagt in deinem Buch. Jetzt fehlt uns noch eine Definition der offenen Gesellschaft, weil du operierst einfach mit dem Begriff, aber es ist ja jetzt nicht so, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch immer wieder verwendet. Also was ist eine offene Gesellschaft? Ja, das ist tatsächlich eine der Kernthemen, denn man kann ja die Werte einer, seine Werte nur dann verteidigen, wenn man sie wirklich verstanden hat. Und der Begriff der offenen Gesellschaft ist in aller Munde, es gibt unglaublich viele Treffer auf Google, wenn man das eingibt, Open Society oder auch offene Gesellschaft und fast jeder Politiker verwendet das Wort. Das Problem ist, dass es aber fast nie richtig definiert wird. Das liegt ein bisschen daran, dass Karl Popper, als er dieses Buch schrieb, 1945, das war eigentlich so ein Verlegenheitstitel, den hat er irgendwie da auf dem Tablet gehabt, aber eigentlich wollte er einen ganz anderen und der war schon vergeben und irgendwie kam dann dieses Buch mit dem Titel die offene Gesellschaft und ihrer Feinde heraus, aber er definiert die offene Gesellschaft in dem Buch nicht, weil es ging ihm gar nicht darum. Es ging ihm damals, es war sein Kriegsbuch, zu zeigen, dass Nationalismus und Stalinismus eben freiheitsfeindliche Ideologien sind und hat sie einer philosophischen Kritik unterzogen. Das war das Zentrum seines Buchs und er hat es auf eine originelle Art und Weise gemacht, in dem er, weil er Hitler und Stalin so verachtet hat, dass er sie nichtmals in seinem Buch drin haben wollte, hat er also Platon kritisiert, um Hitler zu kritisieren und er hat Marx kritisiert, um Stalin zu kritisieren. Aber es ging nicht um die offene Gesellschaft, deswegen ist das in dem Buch nicht definiert, aber in diesen tausend Seiten seines Buchs findet man ein paar Anhaltspunkte und natürlich auch eine Debatte, die es in den letzten 60 Jahren oder 70 Jahren zu diesem Buch gegeben hat und ich habe das dann eben in meinem Buch jetzt eben ausgeführt. Was sind dann die Grundprinzipien der offenen Gesellschaft? Das sind Freiheit, Gleichheit, Individualität und Säkularität. Also viele, das wird auch ausgeführt, was das bedeutet und was sich aus diesen Konzepten ableiten lässt, aus dem Prinzip, viele denken ja, dass Freiheit und Gleichheit im Widerspruch zueinander stehen, ist aber nicht wahr. Freiheit steht im Widerspruch beispielsweise zu Paternalismus, also staatliche Bevormundung. Gleichheit steht im Widerspruch zu Elitalismus und nicht zur Freiheit, also eben zu der Herrschaft von Eliten. Bei dem Individualismus oder der Individualität, da geht es darum, dass wir kollektivistische Ideologien nicht akzeptieren, dass die offene Gesellschaft eben vom Individuum ausgeht und nicht von der Stammesgesellschaft, von der Ethnie, von der Religionsgemeinschaft oder auch der Familie. Der Familialismus ist eine kollektivistische Ideologie, das stelle ich da, und der Säkularismus ist natürlich etwas, was der Bundespräsident permanent eigentlich darstellt, warum wir Säkularität in einer offenen Gesellschaft brauchen, weil eben nur ein Staat, der weltanschaulich neutral ist, der sich säkular definiert, seine Normen säkular definiert, Religionsfreiheit, überhaupt Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger ermöglichen kann. Also wenn man sich dieser Prinzipien klar wird, dann stellt man auch fest, dass man eigentlich für diese Prinzipien, dass wir dafür viel massiver einstehen sollten. Der eigentliche Auslöser für das Buch, als ich jetzt angefangen habe, das zu schreiben, war eine relativ belanglose Meldung, aber ich glaube, viele haben das damals mitbekommen, als der iranische Botschafter, der iranische Präsident Rohali, in Italien 2016 zu Besuch war, haben die italienischen Behörden die nackten antiken Statuen auf dem Kapitol verhüllt. Aus Respekt über den Vertreter eines Staates, dessen Verfassung und Realpolitik man in vielerlei Hinsicht scharf kritisieren muss. Und genau das schien mir im Kleinen darzustellen, was im Großen bei uns nicht funktioniert. Wir verhüllen unsere Werte, statt sie selbstbewusst zu vertreten. Und dabei sind eben diese Prinzipien der Freiheit, Gleichheit, Individualität und Säkularität, das sind keine Prinzipien, für die man sich in irgendeiner Weise stellen müsste, sondern es sind die wichtigsten Motoren und die bedeutendsten Früchte des zivilisatorischen Fortschritts unseres Spezies. Und deswegen müssen wir die sehr viel massiver verteidigen, als das in der Regel passiert. Ein zentraler Gedanke bei dem Buch ist, dass die offene Gesellschaft einfach mehr tolerieren muss, um ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden, als die geschlossene Gesellschaft. Und ich würde das gerne mal mit dir lebenspraktisch durchdeklinieren, an dem berühmten Beispiel Kopftuch Burka Burkini. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da praktisch bei rauskommt, wenn man dieses Theorem nimmt. Denn wir hatten ja ein oft genanntes Argument bei der Burkini-Debatte war ja, dass solange die unseren Frauen, ich benutze bewusst diese Formulierung, solange die unseren Frauen an ihren Stränden nicht erlauben, dass die im Bikini da sind, dürfen deren Frauen an unseren Stränden ohne schön Burkini. Also das war ja so ein Hauptargument, was da war. Und ja, dann erklär mir doch mal, wer darf Kopftuch tragen, wer darf sich wie verhüllen, anhand deines Leitsatzes, dass die offene Gesellschaft mehr tolerieren muss, als die geschlossene. Ja, es ist natürlich klar, dass eine offene Gesellschaft ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht nur größeren Toleranzraum gewährt, sondern eben ihnen auch ein höheres Maß an Toleranz abverlangt. Deswegen können wir hier oder müssen wir uns anders verhalten, als das militante Wahrheit bieten, den Solidarablen tun. Und in dem Beispiel ist vollkommen klar, dass der Burkini natürlich in keinerlei Hinsicht verboten werden kann, dass es eine völlig absurde Maßnahme ist. Wir könnten natürlich davon versuchen, zivilgesellschaftlich zu überzeugen, davon, dass solche merkwürdigen Sexualvorstellungen, die möglicherweise dahinterstehen könnten, dass die im 21. Jahrhundert nicht mehr angebracht sind. Ja, das kann man tun. Man kann es auch satirisch aufarbeiten, das ganze Thema. Aber natürlich dürfen wir nicht mit den Mitteln des Rechtsstaats in die Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, weil das ist ja das Prinzip der Liberalität. Bürgerinnen und Bürger, mündige Bürgerinnen und Bürger dürfen tun und lassen, was sie wollen, solange es ihnen nicht mit guten rechtsstaatlichen Gründen verboten werden kann und eine andere sittliche oder für so ein anderer Geschmack kann niemals ein gutes rechtsstaatliches Argument sein. So, das gilt natürlich auch für das Kopftuch. Auch da kann man sagen, wir können das kritisieren, das, was dahinter steht. Wir können es auch sogar lächerlich machen. Ich kämpfe ja in dem Buch auf für die Kunst der zivilisierten Verachtung. Aber natürlich kann man auch das nicht verbieten. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass man sagt, in Schulen darf es keine Verschleierung geben, beispielsweise bis zum Alter von 14, 15, wo man sagt, das ist eine Regionsmündigkeit. Dafür kann man wiederum gute Begründungen finden. Was jetzt die Vollverschleierung betrifft, da kann man sagen, dass in bestimmten Bereichen in unserer Gesellschaft mit guten Gründen ein Vermundungsgebot ist. Also, wenn ich mit einer Ronald-Raggen-Maske in einer, oder einer Clowns-Maske in eine Bank reinkomme, darf ich das auch nicht, weil ich darf nicht da Vermundungsverschleierung aus Sicherheitsgründen nicht reingehen. Und das gilt für andere Bereiche auch. Und das muss natürlich dementsprechend auch für die Burka und andere Formen der Vollverschleierung gelten. Da müssen wir eigentlich nur unsere eigenen Gesetze nur ein bisschen konsequenter anwenden. Und es kann auch, wie beim Kölner Karneval, so ein Freizonen geben, auch für die Burka. Also die Clowns-Maske ist in vielen Gaststätten in Köln natürlich gehört dazu, die Vollverschleierung mit Clowns-Maske. Und wenn der Burka dargetragen wird, hätte ich auch keine Reine mehr. Was ist mit dem Kopftuch für Staatsbedienstete? Da muss man sich, muss man sehr genau hinschauen, was man eigentlich will. Ich habe in dem Buch vorgeschlagen, dass man einen anderen Lackmustest nimmt. Und der ist auch viel präziser. Und deckt ihr das ab, was wir eigentlich wollen. Es ist eine Tatsache, eine traurige Tatsache, dass nicht nur in der Türkei 90% aller Lehramtsstudenten die Evolutionstheorie ablehnen, sondern auch in Deutschland, in deutschen Universitäten, Lehramtsstudenten muslimischen Glaubens zu 55% die Evolutionstheorie ablehnen. 55%. Wenn man sich das jetzt anschaut, was sind denn das jetzt für Lehrerinnen, also Lehrer, aber Lehrerinnen, die die Evolutionstheorie ablehnen, dann wird man eine hohe Korrelation zu den Kopftuchträgerinnen finden. Und ich finde das andere, eigentlich den eigentlichen Skandal, nicht, dass jemand einen Kopf, ich habe jetzt hier einen Mützchen, das ist auch ein bisschen Solidaritätsmaßnahme für Leute, die irgendwas auf dem Kopf haben. Der entscheidende Punkt ist doch nicht, dass jemand ein Kopftuch trägt. Der entscheidende Punkt ist doch, ist da jemand, dem wir zutrauen, unseren Kindern einen nicht-ideologischen Zugang zur Welt zu verschaffen. Und ich sehe das tatsächlich als ein großes Problem an. Meines Erachtens hat jemand, der die hunderttausendfach bestätigte, millionenfach bestätigte Tatsache der Evolution aus ideologischen Gründen nicht akzeptiert, kein universitären Abschlusszeugnis verdient. Und zwar selbst dann nicht, wenn er eine Universität mit Theologie lehrt. Und schon gar nicht darf jemand, der so eine verbohrte Weltsicht hat, auf wehrlose Kinder zugelassen werden, weil er grundsätzlich nicht in der Lage ist, ihn einen weltoffenen, evidenzbasierten Zugang zur Wirklichkeit zu eröffnen. Damit nützt sich das Kopftuchproblem auf sehr viel elegantere Weise, wenn wir die Evolutionstheorie als Latimustest einführen. Denn Religionslehrer, die voll auf Darwin stehen und das Kopftuch tragen, sehe ich nicht als Gefahr für die offene Gesellschaft. Oder auch nicht für die Bildung. Finde ich allerdings, also als ich das gelesen habe, das Kapitel, in dem du das lipp und klar sagst, also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wer nicht davon überzeugt ist, dass die Evolution stattgefunden hat, sondern sie ablehnt, soll keinen universitären Abschluss in Deutschland machen können. Ist das, was Michael sagt in seinem Buch. Wie glaubst du denn, dass man so etwas durchsetzen könnte? Naja, also es ist, deswegen versuche ich in dem Buch eigentlich weniger in der Welt anschaulicher als eine wissenschaftliche Auseinandersetzung auszuführen. Hier gibt es ja zehn Gebote der Rationalität in dem Buch, wo ich beschreibe, anhand welcher Kriterien können wir rationale von irrationalen Aussagen unterscheiden. Und das Bildungssystem hat andere Toleranzgrenzen als die Gesellschaft. Wir müssen natürlich absolut akzeptieren, jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht zu glauben, dass die Erde erst zum Zeitpunkt entstanden ist, als unsere Vorfahren schon das erste Bier brauten. Das dürfen die, die dürfen solche seltsamen Dinge glauben. Aber sie dürfen es nicht in öffentlichen Bildungsinstitutionen vertreten. Das heißt, es gibt bestimmte Rationalitätsmaßstäbe, die zwingend geboten sind für unseren Bildungssektor. Und da müssen die Toleranzgrenzen gegenüber Irrsinn sehr viel strenger gehalten werden als in der Gesellschaft selbst. Und da jeder Lehrer und jede Lehrerin tatsächlich eben neben ihrem Fach ein pädagogisches Begleitsstudium machen muss, kann man solche Inhalte tatsächlich in das Curriculum reinbringen. Wir müssen natürlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass solche Dinge wichtig sind. Und rein strategisch betrachtet scheint es mir wichtiger zu sein, hier nicht die Humanismuskarte, sondern die Wissenschaftskarte zu ziehen. Weil das ist etwas, was eben unabhängig davon ist, ob ich religiös bin oder nicht religiös. Ob ich Evolutionstheorie akzeptiere oder nicht, hängt nicht davon ab, ob ich an Gott glaube oder nicht an Gott glaube. Sondern hier geht es um eine ganz andere Frage, bin ich tatsächlich in meiner privaten Weltanschauung so verbohrt, dass ich tatsächlich Evidenzen völlig negiere. Und das dürfen Lehrer nicht. Im Unterschied zu Eltern, die dürfen alles. Fast alles. Ja, ich begrüße das sehr. Also nachträglich, wenn ich an meine Schulzeit denke, da hätte ich einige Idioten an Lehrern nicht gehabt. Das wäre sehr schön gewesen. Der politische Islam ist ja in deinem Buch nicht die einzige Gefährdung der offenen Gesellschaft, die du aufführst. Welche Gefährdungen gibt es noch? Ja, natürlich, wie ich schon eben sagte, gibt es diese internationalen Nationalisten, die sich oft sehr christlich definieren. Aber es gibt natürlich auf ganz anderen Feldern große, große Probleme. Beispielsweise, ich habe ja eben angesprochen, das Problem des Elitarismus, eine Gesellschaft, in der viele Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstiegs sehen, in der es keine Mobilität gibt. Es ist keine offene Gesellschaft mehr. Die Zukunft muss offen sein in der offenen Gesellschaft. Und wir haben leider mittlerweile durch ökonomische Fehlverlagerungen fast feudale Strukturen entwickelt. Die einen, und das müsste sogar ein Liberaler, muss kein Linker das sagen, sondern auch ein Liberaler muss das einsehen, dass das die Leistungsmotivation in der Gesellschaft hindert, wenn die Eliten gar nichts mehr tun müssen, um ihren Staat zu erhalten. Und wenn die Marginalisierten gar nichts tun können, um einen höheren Status zu bekommen, dann hat man ein Problem in der offenen Gesellschaft. Das ist ein Feld, auf das man hier eingehen kann. Und es gibt eben sehr viele, die ich im Buch beschreibe. Wenn du etwas Spezielles willst, dann musst du konkreter voran. Das können wir dann gleich beim Bierchen machen, denke ich. Sie übrigens auch. Haben wir überhaupt schon eine offene Gesellschaft? Also du stellst es im Buch, am Anfang des Buches wenigstens so ein bisschen dar. Wir haben hier so die Idealvorstellung, aber so im Laufe des Buches relativiert sich das ein wenig. Also inwieweit haben wir denn überhaupt hier schon die offene Gesellschaft? Was fehlt uns noch? Wir haben zumindest die Idee der offenen Gesellschaft hier und verglichen mit anderen Gesellschaften, beispielsweise Saudi-Arabien, ist das schon eine relativ offene Gesellschaft hier in Deutschland. Sonst würden wir so nicht das Thema reden können. Aber ich stelle es ja auch im Buch dar, dass diese Prinzipien der offenen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht nicht tatsächlich umgesetzt werden. Dass es eben natürlich staatlichen Paternalismus gibt. Wir haben das jetzt im Gesundheitssektor, sieht man das sehr, sehr deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht die Freiheit haben, das zu tun, was sie wollen, sondern es wird immer noch vorgegeben. Vieles, und zwar von der Wiege, bis zur Bahre, ja sogar darüber hinaus, nämlich von der Präimplantationsdiagnostik bis zur Bestattungspflicht, werden die Freiheiten von Bürgern unzulässig einbeschränkt. Auch das Problem der Ungleichheit, wenn ich eben meine, dann ganz massiv ist natürlich das Problem, wie auch gerade Kinder und Jugendliche in muslimischen Communities beispielsweise an ihren Rechten behindert werden, dass sie häufig durch Androhung auch von Gewalt oder durch ähnliche Erfahrungen von Gewalt eben sich nicht alle Rechte und Freiheiten rausnehmen können. Das gilt natürlich auch für Kinder aus nicht muslimischen Familien. Aber es ist verstärkt hier zu finden. Auch dieser Ehrbegriff der Familie ist so stark, dass diese Freiheiten oft nicht eingesehen werden. Und dieser Familialismus ist auch der Grund dafür, warum die elterliche Sorge so viel höher gewichtet wird als die Rechte der Kinder. Wir hatten das bei der Beschneidungsdiskussion beispielsweise ja gehabt. Da hat man ja deutlich gesehen, dass die Rechte der Kinder fast nichts wert sind in Deutschland. Sie sind auch nicht tatsächlich Subjekte unserer Verfassung, sondern tatsächlich nur Objekte ihrer Eltern. Nur so tauchen sie auf in der Verfassung. Nämlich als die, die die Eltern in Verfügungsgewalt haben. Hier muss sich noch viel verändern. Und natürlich Säkularitätsdefizite, das muss ich hier in dem Kreis gar nicht sagen. Wie viele Säkularitätsdefizite es hier noch gibt. Auch überhaupt das Bewusstsein, dass die Grundrechte weltanschaulich neutral ausgelegt werden müssen, ist noch gar nicht vorhanden. Hier vorne sitzt Gitter Neumann. Wir hatten ja dieses Thema der Sterbehälte in diesem und letzten Jahr so besonders stark gehabt. Die haben doch tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das sehr deutlich macht, dass hier ja eigentlich letztlich christliche privaten Normen von Politikern verbunden mit ein paar ökonomischen Interessen, die dahinteren natürlich auch gestanden haben, den Bürgerinnen und Bürgern aufaktiviert worden sind. Obwohl 80% der Bevölkerung eigentlich eine Liberalisierung auf diesem Gebiet haben wollten, haben wir jetzt sich ein Gesetz, dass die Wirklichkeit um... Noch haben wir das Gesetz. Wir hoffen ja alle, dass sich das noch vor dem Verfassungsgericht dann abwenden lässt. Aber im Moment haben wir einen Rückschritt von über 150 Jahren. Und da sieht man wirklich Säkularitätsdefizite massiver Form. Und darüber berichtet der KPD ja fast jeden Tag. Eigentlich müssten wir Säkularen ja, glaube ich, der Islamdebatte recht dankbar sein. Denn im Augenblick sieht es ja so aus, als würde es zu einer Ausweitung muslimischer Privilegien analog zu den Kirchenprivilegien kommen. Und ich glaube nicht, dass das so durchgehen wird gesellschaftlich. Ich glaube, da wird es jede Menge Aufbegehung geben. Und die einzige Möglichkeit, oder es gibt zwei Möglichkeiten, da rauszukommen. Nämlich die eine Möglichkeit ist in der Tat Säkularismus. Also zu sagen, so Leute, jetzt machen wir jetzt hier Schluss mit Privilegien für all. Oder, und das ist natürlich die dramatische Geschichte, wird es kippen. Also wird es kippen wie zum Beispiel in Österreich, wo im Augenblick schon die nächste Wahl des Bundespräsidenten ja arg auf der Kippe steht. Also die 50-50, das Land ist gespalten in Nationalisten und die anderen. Also gesellschaftlich sehe ich das Problem hier in Deutschland nicht. Also wir leben in einer auch deutlich säkularen Gesellschaft, als das in Österreich der Fall ist. Aber natürlich, du hast es richtig geschildert, und der Rechtsstaat ist natürlich in der Zwickmühle. Er kann Christen nicht anders behandeln als Muslime oder er kann Christen nicht etwas gewähren oder Muslime etwas verwehren, was er Christen gewährt. Und hier sind natürlich einige Privilegien hoch problematisch, wenn man als Körperschaft des öffentlichen Rechts seine Finanzen völlig dunkel halten kann. Ist das schon problematisch, wenn man solche Leute hat, wie der Bischof von Limburg. Aber es wird natürlich viel problematischer, wenn DITIB und damit eben Erdogan und die islamisierte Türkei in diese Rechte kommt in Deutschland. Wenn die Muslimbrüder solche Rechte für sich in Anspruch nehmen können. Und es führt natürlich auch dann zu einer religiösen Ghettoisierung, wenn Kinder und Jugendliche hauptsächlich eben von solchen Leuten dann indoktriniert werden können. Also wenn sie darüber bestimmen, wie der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen auszusehen hat, dann haben wir ein echtes Problem. Insofern stimme ich dir zu. Diese Debatte, die wir im Moment haben, führt natürlich auch zu einer neuen Debatte über säkulare Bärd- und die säkulare Verfassung auch dieses Staates. Das sieht man in vielen Reden von Politikern. Man ist manchmal wirklich erstaunt, welche Reden plötzlich CDU-Politiker schwinden können, wie sie für die Rechte von Homosexuellen kämpfen und für die Rechte von Frauen. Das ist ein bemerkenswertes Phänomen in den letzten zwei, drei Jahre und das ist natürlich ausgelöst durch die Debatte, die wir da haben und durch die Migrationsbewegung. Da läuft auch vieles schief in dieser Debatte und da muss man auch noch vieles klären und ich glaube auch, dass die Humanisten hier noch stärker Position beziehen müssen, aber insgesamt scheint mir es in Deutschland anders zu laufen, als es im Moment in Österreich läuft. auch in der Schweiz läuft es anders als in Österreich, das ist ein möglicher Sonnhof. Hoffen wir es. Gut, wir kommen jetzt an den Teil der Diskussion, wo Sie alle mitmachen können, wo Sie alle Fragen stellen können. Übrigens haben wir wirklich als Humanisten einen echten Vorteil, ich kann dazu nur sagen, ich war auf dem Katholikentag im Mai, da dürfen die Menschen im Publikum den Leuten auf dem Podium nicht direkt Fragen stellen, es gehen Menschen mit einem Körbchen rum, wo die Fragen eingesammelt werden und dann gibt es sogenannte Anwälte des Publikums, die sitzen daneben, die sortieren die Fragen in genehm und nicht genehm und geben dann die genehmen Fragen weiter ans Podium und die werden dann beantwortet. Also Sie dürfen dann, es tut mir leid, Michael, auch unangenehme Fragen stellen jetzt an dieser Stelle, bitte sehr, wer möchte. Sofort eine unangenehme Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie du darauf kommst. Ich hätte mal eine Frage zu etwas, was jetzt gerade hier bei diesem Gespräch nicht behandelt worden ist, was in deinem Buch aber vertreten wird und zwar, was du dort Abschreibung durch Aufklärung nimmst. Das kommt ja relativ am Ende dann vor, nachdem du ja alles vorbereitest, das alles erklärst und ich habe mir, ich denke, dass die Menschen, die hier nach Deutschland kommen, flüchten, aus ihren Ländern, aus welchen Gründen auch immer, vor Krieg, vor Verfolgung oder aus wirtschaftlichen Gründen, dass sich das zwar gut anhört, aber wahrscheinlich für diese Menschen gar nicht relevant ist, weil sie gar keine Wahl haben aus diesen verschiedenen Gründen. Das heißt, du sagst ja, wer das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, das Prinzip bedeutet, man sagt den Menschen, was sie hier erwartet. Also vereinfacht ausgedrückt, wir haben ja auch eine Gesellschaft und wenn du nicht in so einer Gesellschaft leben möchtest, wo zum Beispiel Religion ohne Probleme kritisiert werden darf, auch der Prophet Mohammed, dann such dir vielleicht besser ein anderes Land aus. Aber ich habe auch schon viele Interviews gesehen mit Menschen, zum Beispiel aus Afrika, die aus wirtschaftlichen Gründen herkommen und wenn man denen sagt, also hier, da ist das nicht so, dass die dann ein Haus, ein Auto bekommt, und das interessiert die nicht. Die wollen nur irgendwo hin, wo es ihnen besser geht, als dort, wo sie herkommen. Und deswegen ist das vielleicht eine gute Idee, aber ich sehe da ein Problem in der Umsetzung, in der Praxis, ob das überhaupt relevant ist. Da würde ich jetzt deine Meinung nach zu hören. Ja, also bei diesem Konzept Abschrecken durch Freiheit ist natürlich der unterschiedliche, also ein ganz anderer Abschreckungsbegriff, als er in Ungarn beispielsweise verwandt wird. und es geht nicht um die Abschreckung jetzt durch Stacheldrahtzäulen, durch Tränen, Gasunwürdige Unterbringungen und so weiter, sondern es geht um die Freiheitsandrohung einer offenen Gesellschaft. Und ich stelle zu, das würden natürlich nicht alle abschrecken, aber der Punkt ist, dass uns, das ist ja eine Provokation, ganz bewusst ans Ende des Buches auch gesetzt, dass uns klar wird, welche Werte wir eigentlich massiv vertreten müssen und was wir auch den Menschen abverlangen können und sollen. Ohne die Prinzipien der offenen Gesellschaft zu gefährden. Und die Realität sieht ja komplett anders rum aus. Wir hatten, also was für mich einer der verstörendsten Fälle überhaupt waren in den letzten Jahren, war, wie Bodo Ramelow als linker Ministerpräsident von Thüringen reagiert hat auf eine Hatz in einem Flüchtlingslager. Da war ein Mann aus Afghanistan offensichtlich sehr stark durch den Islam traumatisiert, der einen Koran in die Toilette angeblich geworfen hatte. Und auf den wurde dann sehr massiv gewaltsam angegriffen und er hat gerade noch so überlebt. Und das ganze Flüchtlingsheim ist dann sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und Herr Ramelow ging vor die Kameras und sagte, man darf natürlich den Koran nicht in die Toilette werfen und man darf genauso wenig, genauso wenig sagte er, Menschen an Leib und Leben bedrohen. Hier sieht man genau das, was eben nicht passieren darf. In unserer Gesellschaft darf man mit dem Koran alles machen, auch mit der Bibel und auch mit meinem Buch. Also wenn Sie mein Buch in die Toilette werfen wollen, tun Sie es, wäre besser im Altpapier, Container oder besser natürlich würde es im Regal bleiben, aber das ist erlaubt hier in Deutschland. Man darf das mit Schmutz bewerfen, man muss das nicht respektieren, man kann das für absolut verachtungswürdig fühlen, auch den Islam. Und Mohammed kann man sagen, Donny Bast darf nicht viel besser, das darf man alles hier. Was ich nicht darf, ist Gewalt ausüben gegenüber anderen Menschen. Und indem hier ein Politiker auftritt und das eine mit dem anderen gleichsetzt, haben wir eben diese, und das passiert permanent, in der deutschen Politik. Es wird eben nicht unterschieden, es wird nicht klar gemacht, was eigentlich die offene Gesellschaft ausmacht. Sondern die Leute werden, wir werden auch permanent dazu aufgefordert, Respekt zu zeigen. Aber man verdammt nur mal vieles, was Menschen tun, was sie denken, hat überhaupt gar keinen Respekt verdient. Und das muss in einer offenen Gesellschaft eben auch ausgetragen werden können. Und wir müssen es eben tatsächlich auch permanent tun. Und dann werden ganz sicherlich andere Prozesse stattfinden. Deutschland ist so beliebt gewesen, weil es in Deutschland, im Unterschied zur Türkei, wo es ja auch das Kopftuchverbot gab an Universitäten, weil es hier eben nicht eingefordert worden ist. Das säkulare Denken ist hier nie eingefordert worden. Und wir geben Leuten den Lehrerschein, obwohl sie die Evolution ablehnen. Das ist diese grenzenlose Toleranz im Bildungssystem beispielsweise, die wir nicht weiter hinnehmen können. Das ist der Unwille, rationale Unterscheidungen vornehmen zu können. Und da bin ich in der Meinung, da müssen wir sehr viel klarer werden. Und natürlich muss man auch in der ökonomischen Schraube ein bisschen drehen. Aber das ist eine andere Frage. Jedes Land der Welt hat natürlich bestimmte Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Das ist aber eine andere Frage. Da geht es um die Grenzen der Ökologie, es geht um Grenzen der Ökonomie. Und darüber kann man sich auch unterhalten. Und muss man sich unterhalten. Aber hier geht es um die Frage, ist diese Gesellschaft tatsächlich bereit, ihre eigenen Fundamente zu verteidigen? Und ist sie sich ihrer eigenen Fundamente überhaupt bewusst? Und da habe ich eben das Gefühl, das passiert eben nicht. Und da lassen wir ganz vieles zu, was wir eigentlich auf der Basis, gerade im Bildungssystem, was wir nicht zulassen dürfen, wo wir die Menschen auch sehr viel mehr herausfordern müssen, indem wir eben darauf hinweisen, was unsere Werte sind, die wir hier zu verteidigen haben. Also im Prinzip ist die Aufklärung auch dann für uns selbst gedacht, um zu zeigen, das sind unsere Werte, damit wir das endlich mal selber auch mitbekommen. Wenn wir wissen es, aber wenn man auf die Straße jemanden fragt, der wird es ein bisschen schwieriger haben, darauf zu antworten. Ja, also ich schreibe ja am Schluss ja auch, der Punkt, es gibt ja diesen Satz, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Und das ist ja auch richtig. Genauso schreibe ich, an runden Tischen verliert man seine Kanten. Und das kann total gut sein, die Kanten zu verlieren, wenn ich ein Gegenüber habe, das kooperativ ist. Aber wir müssen erkennen, dass nicht alle Menschen kooperativ sind, sondern einige behalten ihre Kanten, um denen jetzt kantenlos geworden über den Tisch zu ziehen. Und wenn wir uns anschauen, wie sich jetzt auch die deutsche Politik verhält gegenüber, heute war ja die Meldung nochmal und gestern die Meldung, gegenüber Saudi-Arabien. Das ist ein Land, wo wir wirklich Sanktionen unbedingt verabschieden müssten. Aber was haben wir gemacht? Stattdessen haben wir die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien in ein Land, das mehr Menschen geköpft hat als der IS und das den wahhabitischen Terror seit Jahren finanziert, das die Menschenrechte missachtet wie kaum ein anderes Land auf dieser Welt. Die Rüstungsexporte in dieses Land haben wir verdreifacht. Das ist eben die Unfähigkeit zum aufrechten Gang. Das zeigt sich in der Politik ganz oben, es zeigt sich aber auch in der Gesellschaft selbst. Und da ist es eben toll, wir haben nämlich auch hier Flüchtlinge und Migranten, die meines Erachtens so viel stärker für die Werte der Aufklärung eintreten, die mehr aufrechten Gang zeigen als 99,99999% der Biodeutschen. Und diese Menschen müssen wir stützen und ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben des HPD. Ja, er wird weg zu SS auf Seite 176 Ihres Buches formulieren Sie, dass potenziellen Flüchtlingen und Zuwanderern schon in ihren Heimatländern unmissverständlich klar gemacht werden sollte, dass Europa den Prinzipien der offenen Gesellschaft folgt. Wie soll das geschehen? Das klingt natürlich gut, aber wie ist das jetzt zu realisieren in den Heimatländern jeweils auf denen die Staaten ihnen das klar zu machen? Es kommt eben darauf an, dass man eben den eigenen Standpunkt verdeutlicht. Also zum Beispiel, wenn Deutschland ich glaube, wir müssen jetzt aber auch Schluss machen, also die letzte Frage. Eine Frage noch. Wir dürfen keine rückgratlos Appeasement-Politik mehr machen. Also auch schon daran würde man feststellen, dieses Land nimmt die Menschenrechte ernst. Hätten wir das Beschneidungsverbot durchsetzen können, was eine absolut klare juristisch notwendige Regelung gewesen wäre, dann hätten wir ein Signal gegeben an die Welt. Aber wir haben das gegenteilige Signal gegeben. Wir haben das Signal gegeben, uns sind unsere eigenen Werte eigentlich völlig egal. Wir lassen es zu, wir sagen, man kann an Kindern rumschneiden, so viel man will, nur weil die Leute einem archaischen Ritual gefolgen wollen. Hätten wir dieses andere Signal gegeben, dann wäre das ein sehr deutliches Signal gewesen, dass man in vielen Teilen der Welt verstanden hätte. Wir haben es nicht gemacht aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus einer falschen Lehre meines Erachtens, aus der Geschichte Deutschlands. Aber solche Dinge sind unglaublich wichtig und die Werke in der Welt kommuniziert. Wenn man wüsste, dass man hier in Deutschland sein Kind nicht einfach beschneiden kann, sondern dass es in der Entscheidung des Kindes selbst liegt, weil die Selbstbestimmungsrechte der Kinder hier eine große Bedeutung haben, dann wird das viele, viele Menschen davon abschrecken, in dieses Land zu kommen. Wir haben es aber nicht getan. Und das wäre eine Abschreckung durch Freiheit gewesen, die ich im Buch auch beschreibe. Wir kommen jetzt hier zu der letzten Frage in diesem Raum. Aber Michael, du wirst sicherlich vielleicht noch zur Verfügung stehen für weitere Fragen. Nochmal zum Kern des Buches, Grenzen der Toleranz. Also wo ist jetzt die Grenze zu dem Punkt, wo man sagt, das kann man nicht mehr ertragen. Ich komme noch zum Burka-Verbot, da kristallisiert sich das so ein bisschen. Da fehlt mir nämlich ein Aspekt, wie du jetzt argumentiert hast, und ich sage jetzt mal du, weil die Humanisten sich ja duzen, wie wir hier gelernt haben. Ist okay. Also, und zwar, ich mache es mal fest an dem, ich glaube es war, Mina Ahadi, die hat das mal gesagt, das ist ja nicht irgendwie etwas, das ist von den Islamisten sozusagen erfunden worden, als Symbol dafür, dass sie die Macht haben. Und die Frauen werden hier unterworfen eigentlich, die werden unterworfen, und wäre das jetzt nicht auch ein Punkt der freien Gesellschaft, der offenen Gesellschaft, zu sagen, hier und nicht, bis hier und nicht weiter. Die Franzosen machen das ja etwas kämpferischer und mir persönlich ist das auch ein bisschen sympathischer, da zu sagen, keine Frau würde freiwillig so ein Ding da umtragen, das kann mir keiner erzählen, das kann man natürlich den jungen Menschen so erzählen, dass sie nachher glauben, wir machen das freiwillig, so wie man ja auch irgendwie, was weiß ich, Tiere dressieren kann, dass sie nachher, vielleicht wissen wir ja nicht, was die dabei denken, aber die machen es ja dann irgendwie freiwillig dann. Jedenfalls, das ist doch etwas, wo vielleicht doch der säkulare Staat auch mal eine Grenze sagen muss, ich vergleiche es mal ein bisschen mit etwas anderem, also von selbst kommt beispielsweise in unserer Wirtschaft auch nicht zustande, dass die Frauen irgendwie massiv oder gleichberechtig in Führungspositionen reinwachsen. Da muss man ja auch mal einfach mal ein bisschen mit Ordnungspolitik eingreifen, damit sich da mal was verschiebt bei der ganzen Sache und wäre das denn nicht jetzt doch ein Puffo und mal sagen müsste, nee, das machen wir jetzt nicht mit. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Dazu, das lag mir nämlich auch am Herzen, also man kann sicherlich nicht ein Bekleidungsverbot erlassen, aber es war vorgestern war es glaube ich in Phoenix zu sehen, dass es auch in Berlin und in anderen Großstädten in NRW Läden gibt, wo es so kleine Vollverschleierungskostüme für Zweijährige gibt. Man wurde da mit versteckter Kamera gefilmt, wie die Kundinnen da unter Druck gesetzt werden, sie haben ja noch die Arme nicht verschleiert und so weiter und da ist eine Möglichkeit wäre, dass man da zum Beispiel mal Beobachtungsposten oder so, das sind nämlich Zentren der Salafisten, kam dabei raus. Ja, es hindert ja niemand daran, solche Zentren sich anzuschauen und zu gucken, welches Umfeld gibt es da, schon allein aus sicherheitspolitischen Gründen. Nur es gibt eben einen Unterschied zwischen ordnungspolitischen Maßnahmen und einem Strafgesetzbuch. Und wenn man sich anguckt, was da in Frankreich passiert ist, das klingt imposant, wir haben ein Burka-Verbot, aber es hat genau kontraproductive Wirkung. Man muss ja schauen, was sind denn die Konsequenzen davon. Es gibt einen sehr reichen Millionär in Frankreich, der finanziert diese Bußgeldverfahren. Es gibt mehr Burka-Trägerin, seitdem es das Verbot gibt, als es vorher gab. Also, das scheint keine kluge Maßnahme zu sein. Was aber eine kluge Maßnahme ist, wir können das und wir dürfen, wir sollen das kritisieren. Wir müssen es lächerlich machen. Eva Kreuz, die auch hier in dieser Szene hat ein wunderbares Buch über Burka gemacht. Solche Dinge sind wichtig. Das ist die zivilgesellschaftliche Reaktion darauf. Wir sollten uns aber nicht einbilden, dass wir über Verbote das ganze Ding regeln können. Mit Verboten müssen wir, das ist das härteste Schwert des Staates. Und wir argumentieren sonst immer damit, dass man dieses Instrument des Strafgesetzbuches wirklich nur in den allerwenigsten Fällen einsetzt. Und dabei müssen wir bleiben, weil das ist die Grundlage auch in der Gesellschaft. Wir müssen uns klar werden, dass das, was uns nicht gefällt, deswegen nicht gleich verboten werden kann und muss und darf. Aber was uns nicht gefällt, können wir, und das ist wirklich ein wesentlicher Punkt in dem Buch, mit allen Mitteln der zivilisierten Verachtung lächerlich machen. Wir müssen nicht nur zeigen, dass das wieder vernünftig ist, dass das nicht ins 21. Jahrhundert gehört, sondern wir müssen zeigen, wie sehr sich diese Menschen durch ihre zivilisatorische Unzulänglichkeit mit ihren Glauben blamieren. Das dürfen wir tun. Und das gehört zu einer Streitkultur dazu. Das ist die zivilgesellschaftliche Reaktion, das ist nicht die Staatsreaktion. Also ich würde wirklich sagen, der Staat darf das nur in dem Fall machen, wo tatsächlich Rechtsgüter objektiv bedroht sind. Das andere, die Streitkultur, die kann und soll so stark und auch respektlos geführt werden, weil nur dann, wenn ich dem anderen respektlos meine Meinung sage, dann erweise ich ihm eigentlich auch den Respekt, dass ich ihn als Diskussionspartner ernst nehme, statt dass ich ihn als kleines Kind behandle, von dem man denkt, dass man ihm bestimmte Dinge vorenthalten muss. Dafür müssen wir uns einsetzen und ich denke, da kann der HPD auch einen großen Beitrag zu leisten, dass wir alle ein bisschen fähiger werden, zivilisierte Verachtungen von anderen zu ertragen und eben diese Kunst zu erlernen, andere in zivilisierter Weise zu blamieren, denn das ist immer schon eine ganz wichtige Waffe in der Aufklärung gewesen, in der Geschichte der Aufklärung. Und es liegt eben daran, dass wir Menschen, zwar, oder manche Menschen haben vielleicht eine Sehnsucht nach logischer Stringenz, aber das ist nicht so ein starker Motivator wie die Angst davor lächerlich zu wirken. Und deswegen haben Satiriker immer eine ganz große Bedeutung in der Aufklärung gespielt und deswegen sollten wir auch dieses Instrument neben der rein sachlichen Argumentation auf dem HPD nicht vergessen. So, Dankeschön. Applaus Vielen Dank.